Hallo zusammen, mein Name ist Markus, ich komme aus Frankfurt und ich habe hier im Belgrader Apartment übernachtet. Ich befinde mich hier im Zentrum von Belgrad. Das Belgrader Apartment kann ich nur allen empfehlen. Es ist sehr sauber, es befindet sich im Zentrum, nahe am Zentrum und auch der Gastgeber Duschner Peric ist immer da, wenn man etwas braucht. Und ich werde auch das nächste Mal im Belgrader Apartment übernachten.